Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11.595 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Freizeitaktivitäten können zum Abbau von Stress und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Freizeitaktivitäten können zum Abbau von Stress und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gedanken sind der Ursprung all meiner Handlungen, Worte und Emotionen. Gedanken sind der Ursprung all meiner Handlungen, Worte und Emotionen. Unsere Strategie ist klar. Wir lassen uns auf nichts ein und machen erst einmal Dienst nach Vorschrift. Wir lassen uns auf nichts ein und machen erst einmal Dienst nach Vorschrift. Wenn du still bist, hörst du den zarten Flügelschlag des Schmetterlings. Meine Entscheidung für Flexibilität erleichtert es mir, mich an neue Herausforderungen anzupassen. Meine Entscheidung für Flexibilität erleichtert es mir, mich an neue Herausforderungen anzupassen. Meine Entscheidung für Flexibilität erleichtert es mir, mich an neue Herausforderungen anzupassen. Was hast du vor? Warum setzt du dich nicht auf den Stuhl wie alle anderen? Du darfst es niemandem verraten. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schöpft.